herzlich willkommen bei einer neuen ausgabe von battlefield 1 eroberung die wird es mit mit an am ist und dann gibt es mal wieder haben wir schon lange nicht mehr gemacht ja ja mach ruhig mach ruhig weiter zieht durch bis zum ende der sendung naja mal gucken wir mal mitgenommen man youtube uns absen wir daraufhin uns absen setzt kinder ab ich gehe gleich mal zu c rennen gleich mal nach vorne ok schön in die fresse geschossen interessiert ihn aber nicht okay stört erstmal nicht weiter kann man muss ja auch nicht kann machen muss ja auch nicht gleich immer tot sein und den panzer da den habe ich aber auch meiner meinung nach schon länger getroffen ausgeschaltet nuttenkopf es war ein nuttenkopf hier kommt eine granate nach der anderen geflogen ich liege hier geschützt mir kann nichts passieren hier ich bin hier alles andere als geschützt ich mache es wie die sniper ich kämpfe hier einfach mal im busch ein bisschen ich habe mich ja jetzt getroffen oh jetzt hat mich einer gesehen der panzer oh panzer ja panzer ich schön die position verraten panzer ich war ja nur meine position oh ne stand so neben mir ich lag an der palme ne ich lag hier an der palme hier unten achso ich habe es mir da gemütlich gemacht den von der palme gewedelt ich habe mir von der palme gewedelt ich habe natürlich gemütlich gemacht so ätzend hier wo bist du überhaupt ich sehe dich nicht oh scheiße du versteckst dich da wieder irgendwo ja der freund da rennt doch da weg wir werden hier schon wieder überrannt hier na noch geht es ja ich meine nicht so lang haben wir sind von der richtigen Seite gestartet ja ne also von der guten ja theoretisch schon ja aber dann ist ja gut aber die kommen trotzdem nicht hier weg haltet ich will kommen nicht in mir von tot schon wieder fällt die schütze und da bist du bei mir gespawnt oh ja geil dann hat sich ja gleich weggesprengt voll mies voll also ist natürlich scheiße ja und B wird jetzt auch bei einem ach ja wir nehmen wir gerade E ein wo sind die denn hier bei B bei B bei den Häusern und natürlich die werden überall sein das geht einfach mal man fahr doch nicht weg bleib doch hier schwerer Panzer beschädigt zwei Punkte ist ja wohl ein Witz also da kann es so doch nicht so ja eine falsche Stelle getroffen, dadurch trefft er nur falsche Stellen, jedes Mal dann muss ich gucken wo die richtige ist das soll denn diese Granate du brauchst ja weich, da brauchst du 50 Schuss schuss, eh der kaputiert er ganz oben 50 Schuss? du brauchst 50 Schuss? und kriegst du nur ein bestimmtes Item ja genau das muss ich erst freischalten Wo bist du überhaupt schon wieder hin? Bei C. Wo bist du denn? Wenn du mal fragen darfst, ich hab ja auch noch ein Jahr nicht hier gesehen. Ich bin hier im Ein-Kinne-Grün-Spot-Mitglieder. Wo seid ihr denn? Ich bin hinter dir jetzt fast. So, ich hab ja den Versorger. Nein, ich bin hier, da. Werd hier bestimmt gleich weggesnipert. Ja, da oben saß, da hat mal jemand Munition hier. Hallo, Munition, Munition. Ist tot. Hier hinten ist Munitionsköfferchen. Die nehmen schon wieder B ein, übrigens. Ja, dann sollen die sich mal drum kümmern. Ich versuch mal von links ranzugehen zu C. Äh, zu B, äh, zu D. Dann komm ich von rechts. Ja. Wie du willst. Ja, ich war jetzt näher dran. Deswegen ist hier zu nichts. Mua, ist doch gut. Voll traurig. Mann, Mann, Mann. Tod. Rechts stehen sie auf jeden Fall in einer... Oh, da stehen sie ja in Schünen sogar. Hallo, du Bastard, du dummer Spinner, ey. Spastard. Da hab ich mich aber auch angestellt jetzt wieder hier. Das ist nicht gut. Lebst du noch? Ah. Wir haben einsetzt sie da, wie er oberen ist. Ich renne mal runter. Ach ja, genau. Was wackelt denn da hinten? Ich kletter jetzt hier hoch. Scheiß drauf. Ist das ein dummer Bastard, ey. Der ist... Ich weiß nicht, wie der das überlebt hat. Das ist mir ein Rätsel schon wieder. Wir haben Einsatzziel, Bertha, verloren. Da hockt er immer noch. Der hockt da immer noch, Mann. Oh, Gott sei Dank. Jetzt hat mir irgendjemand krass das Leben gerettet. Oh, jei, jei. Der war auf jeden Fall sehr knapp. Soll ich da... Brauchst du einen Versorger zufällig gerade? Dann würde ich mal wechseln, theoretisch. Aber kannst du ruhig nehmen. Ich probier's mal. Was ist denn hier schon wieder? Was? B haben die übrigens, ne? Was ist denn hier so krass? Mann, leck mich doch im Arsch, ey. Mann, ich spiel eine Pisse hier gerade wieder. Ja, ey, krass. Ist doch nicht zu glauben, ey. Aber ich war auch genau das, dachte ich auch gerade. Von mir, ja. Der spielt eine... Ist er wieder? Der spielt eine Pisse hier wieder zusammen. Nee, echt, ey. Ich weiß, wo der ist und zielt trotzdem. Da ist gerade einer an dir vorbeigerannt. Ja, habe ich ja noch mal realisiert. Hätte ihn unruf getötet. Na gut, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Bin jetzt bei dir. Granate! Da kommt einer. Ja, du Bastard. Mann, ich will mich heilen jetzt. So verpiss dich. Bist du schon wieder weggerannt? Ne, ich bin hinter dir. Ach so, gut. Bist du schon wieder weggerannt? Du bist wenn denn? Nee, das macht mich da nichts. Ja, tot, tot. War auch so eine besonders clevere Idee, da einfach über die Straße zu gehen. Mann, fick dich doch einfach, ey. Ich hasse die ganze Scheiße hier gerade. So eine Scheiß-Spielpisse hier. Scheiße alles. Mann, scheiße, jetzt nehmen wir so eine Scheiße. Geh jetzt zu A. Da kommen sie mit dem Panzer gerade. War voll geil. Geil. War voll geil. Toll. Großartig. Engelischen Panzer. Oh, ich bin gleich beim Spawn-Tot. Ja, super. Level 32. Das ist doch kacke. Der Toter. Jetzt reicht es aber auch mal irgendwann hier. Ach ja, natürlich. Hat er mir genau vor die Fresse geworfen, die Granate. Sind auch nur noch Level 88 hier. Vollständig kaputt hier. Und Level 90 und Level 100 Typen hier überall nur noch. Oder von Level 32 eben fertig gemacht. Naja, dann hast du Glück gehabt. Boah, das ist hier bei dir wieder los. Ich bin das nur. Ja, aber da ist Ena. Du bist doch der. Läufst hier halt durch die Jägen, Mann. Da sind sie doch dann. Ich bin nur hinter dir. Hinter dir hergerannt. Mann, du Bast. Er rennt nicht um die Ecke. Ich raste aus. Ach so, und er überlebt. Ich weiß nicht, wie er das überleben kann, der Typ. Jetzt ist er gestorben, aber er kriegt hier eine Punkte. Alles ist gegen dich. Das ganze System hier. Ich steige jetzt zum Pazit. Weg, aus dem Weg. Ich steige jetzt bei B. Ist tot. Äh, ich versuche jetzt hier B einzunehmen. Hier ist man nicht schon. Jetzt eigentlich haben wir schon gehen, ne? Da oben ist er immer noch auf dem Dach. Hey, krass. Schon wieder hinter der Mauer. Sind überall alle. Hä? Oh, Mann. Wo kommen die denn schon wieder alle her, hier? Guck dir das mal an, ey. Tod. Die kommen einfach ins Haus rein, hier. Das ist dann auch schon wieder 8 zu 8. Um Gottes Willen, ey. Kannst du mich verarschen hier, oder was? Ah, die haben irgendwas, irgendwas haben die Suboptimale gepatcht, hier. Was mir nicht so schmeckt, hier. Voll geil, voll runtergesprengt. Ach, das ist ein Gegner hier. Ich dachte, das ist ein Squad-Mitglied von mir. Hey, krass. Das ist aber auch jedes Mal dasselbe. Da ist einer da unten. Pass auf, in der Ecke hockt der. Ja, sehr gut, David. Wunderbar. Perfekt. Ja, Niederknüppel. Ja, Robert. Das war das Beste, was du machen konntest. Das war richtig gut. Das war auch der einzige Auswahl. Sehr gut, voll der Oberkiller, der Bastard, der erobert. Das ist ein Kalbüterkiller, ey. Ist der krass. Ah, da bin ich der Battlefield-Killer. Ich töte ja immer generell viele Leute hier. Da reitet einer lang. Jetzt ist er abgestiegen. Wo ist er? Wo ist der langgerannt? Warum sehe ich den nicht, Mann? Warum denn? Level 97 schon wieder. Ich sag ja, hier sind nur so eine Nerd-Nerd-Fotzen hier. Und ich würde hier irgendwie 61, 32. Nee. Von irgendwelchen hochrangigen Clan-Mitgliedern hier immer zerlegt. Ja, natürlich. Was ist denn mit dir? Ja, klar, die Gas-Granate verfolgt mich hier, oder was? Regelrecht, willst du mich? Ja, komm, geh drauf da, du Bastard. Genau so will ich das haben, aber dann nicht das andere war jetzt nicht so gut. Mann, 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 ey, krass. Ich komme jetzt mal zu dir, damit ich mal bei dir spawnen kann jetzt. Na, scheiße, war genau in die Flinte gesprungen. Mann, du Bastard. Bin ich blind, oder was? Du brauchst dich dann nicht da hinlegen. Mann, raus, wer steht denn hier im Weg? Du wieder, wa? Nee. Ah, gut. Nee. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Ah, gut, ich hab's zu Glück gehabt. Glück gehabt für die Drohung. Das wird... Toll. Ja, die Granate landet den Nauf vorm Entfüßen, ist klar. Natürlich. Brauchst dich ja nicht da hinlegen, Hure. Rüber, rüber. Oh, jetzt wird's ab, die wird... Jetzt wird's jetzt wieder ab, hier. Ey, er klettert einfach nicht. Oh, die sind da drüben in dem scheiß Haus, Mann. Da oben auch. Hast du eine Panzerbüchse dabei? Dann kannst du das da wegspringen, da oben. Ach, schade. Scheiße, den ich hatte, ärgert mich grad ein bisschen. Aber was ist das, was ich jetzt mache? Ich renne einfach da rüber und bringe da eine Haftmine an. Ist mir jetzt scheißegal, du Hure. Ja, der kriegt das wieder mit. Geil, wie er einfach neben der Haftmine stehen bleibt. Dezenter vorhin. Da bin ich ja. Ich bin einfach hin gerannt und hab eine Haftmine reingelegt. Und zwei Leute ertötet. Obwohl ihr merkt. Oh Gott. Voll die Todeszone hier in dem Haus. Boah, der hat ja alle abgeknallt gerade. Oh, krass. Und Level 87 schon wieder. Na ja. Ach, na der ist ja auch stimmt. Startet ja jetzt hier nicht vom Startpunkt. Aber hier tue ich nicht anders. Ich kotze ja. Wir kacken ja schon wieder ab hier, du. Mhm. Mal bei dem Fahrzeug hier mitfahren. Erobert das Ziel dort. Schön festgefahren gleich. Auf jeden Fall. Können wir gleich aussteigen. Ach nee, jetzt hat er sich wieder eingekriegt. Mann, geh doch. Ja genau, steigt da oben ruf. Braucht jemand Munition? Gut, er machte denn das Fahrzeug erstmal Unbruch bei ihm. Oh. Ja. Wunderbar. Utilize-tung mal wieder. Ja, lass mich raten. Level... Genau. Wollt's sagen. Level 97. Der Spartaner-Wolf. Der macht uns hier alle fertig. Endlich sprengt den mal einer weg, oder was? Level 100. Level 97. Level 100. Unser Panzerzug ist unterwegs. Oh Gott, du bist ja auch schon wieder unter Beschuss, ey. Da machen wir noch jetzt. Ey, ich werd schon wieder weggesnipert. Krass. Die einzige Lösung ist jetzt wirklich, ganz außen über die Flanken zu kommen, ey. Und da versuchen dann, irgendwie an die Punkte ranzukommen. Irgendwie. Scheiße. Ja. Ja. Ah, schön. Schön ist natürlich, wenn der Reiter hier die ganze Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Mal rin. Rin zu B hier. Na ja, gut. Na ja, Versuch hat Wert. Natürlich nicht funktioniert. Ah, zu mir brauchst du dich kommen. Da ist völlig... Da ist... Okay. Gut. Danke. Ich hab den geplant. Ich hab den gemacht. Da war noch einer. Den hab ich schon gesehen. Da, gut. Da lag er. Aus hier. Boah, was. Artillerie war. Einfach mal auf Jutglück Rini halten. Oder ich war mal hier. Vielleicht so. Naja. Bin bei C. Ja, schön, dass hier bei C auch alle Gegner irgendwo sind. Ach, scheiße. Super. Keine Ahnung, wo die sind. Können wir eigentlich jetzt an der Inland abziehen wollen wir drauf gehen. Jetzt ja, ja. Und die eigentlich nur Deutsche? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Jetzt ja genau. In dem Moment, wo das... Ja. War gut. Super. Seichkind. Der hat mich auch erlegt. Seichkind. Wunderbar, bei Aspa und so lange das mal geht. Diese deutschen, ey. Die gehen mir echt auf den Sack hier. Hier hört's. Ah, Mann. Da nehmen sie auch schon wieder zurück. Krass. Der Reiter da oben, ey. Krass. Mach ich ihn fertig. Ja. Ach, Entschuldigung. Mann, wie er einfach nicht hier rüberkettern will, ey. Ja. 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 Also bei Suez, glaube ich, war ich noch nie hier in der Ecke hier hinten, ey. Ne, Mann. Das ist für mich auch Premiere, gerade. Das ist echt krass. Naja, lass mich raten. Level 97, ne. Level 83, naja. Nicht ganz so hoch. Levelig. Könnte man ja gleich mal mit dem Sniper spielen. Naja, okay. Jetzt ist es auch real. Sturmsholdat in Sichtweite. Was ist denn mit der scheiß Gasgranate hier? Die liegt da schon stundenlang da vorne, oder? Oh, ein Glück, ey. Gut, gut, schön, macht Spaß. Ja. Ist ne tolle Runde wieder. Auf dem wir die letzten Runden nur gewonnen haben. Na ja, muss hoffen. Na ja, muss hoffen. Vergehen wir mal mit dem Sniper. Nicht mal ein Bonus. Nicht einen einzigen heute. Na ja, für das schlechte Spielen. Na ja, für das schlechte Spielen. Nicht mal in den Highlights drin. Nicht mal in den Highlights drin. Na ja, ich hab ein Battle-Pick. Na ja, ich hab mal in. Immer in etwas. Na ja, wenn wir das mal so meckern, sind wir erst und zweiter. Ist auch nicht schlecht. Okay. Kam mir nicht so vor, ehrlich gesagt. Da ist der Pole. Da ist der Pole. Seichkind. Na ja. Da ist er. Na ja, damit ist ein, ähm, sagen wir noch Schiss an alle, oder? Schiss. Ein weiteres Kapitel beendet. Es endet. Schiss. Ja.